So, da sind wir wieder. Auf, auf zu einem neuen Part. Und ich sehe schon, drei Zuschauer sind fleißig hier am Gucken. Grüße gehen raus. Ja, ich sehe gerade... Okay. Gut, ja, mein Schatzipo hat wohl einiges gerade vor. Boah, ich weiß auch nicht. Ich lasse mich überraschen. Ich muss mich nur noch mal dran erinnern mit den Raiden am Ende. Okay. So, wir gehen mal ins Matsushita Diner, gucken, was wir hier von Mayumi zu futtern bekommen. Am Sonntag um 9.46 Uhr abends. Das stimmt. Du kannst nicht, dass du, was du willst, so weil du von der Polizei bist. Das zwar nicht, aber du solltest lieber dein Versprechen halten. Okay. So. Ist Mayumi da? Nee, Mayumi ist nicht da. Okay. Gut, ja. Wir machen das hier ja schon mal weg. Das triggert mich so extrem, ne? Ja, die Chopsticks. Hier Gewürze. Wo wir immer noch nicht wissen, was das für eine komische Spezialsoße ist. Äh, 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 äh. Menüs sind aufgeschrieben. Die Küche ist zu sehen. Bla, bla, bla. Da ist hier nichts. Oh, Foto. Familienfoto. Aber den Mann haben wir nicht gesehen die ganze Zeit, ne? Der ist, äh, den hat man tatsächlich nicht mehr irgendwo gesehen. Äh, okay. Bierwerbung an der Wand. Okay. Ist klar. Fenster. Viel Glück. Ja, das werden wir haben hier. In diesem Play-Thru. Mhm. Mhm, 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 mhm. Hier ist sonst nichts Neues. Ein Wok? Ach, den Wok da. Warum liegt das da? Gute Frage, Dante. Das habe ich mir wirklich auch gerade gefragt. Eine Schwungtür. Eine Schwungtür. Oh. Keine, keine Wortspiele. Okay. Das ist Ota. Er sieht ein bisschen nervös aus. Okay. Das ist Iris. Ah, ne. Äh, Iris steht neben mir. Okay, so. Dann, dann erzähl, Ota. Äh, ich... Ich gehe davon aus, dass du dir ein neues Handy zugelegt hast. Ja, das habe ich. Äh, gestern in Akihabara. Okay. Stimmt wohl. Ähm. Hast du jemals, äh, Otas Mutter gesehen? Hast du vielleicht nicht ein paar andere Sachen, die du Ota fragen möchtest? Los, mach. Boah, was... Bist du denn drauf, ey? Ich bin extra durch eine Timeline gereist, um dich zu retten. Was? Jetzt, wir begeben uns nach diesem Stream in die Welt zu Quadrat... Äh, Quadratum. Ja, okay. Äh. Über diese eine Sache, die du in der Nine Message geschrieben hast. Also, lass uns... Lass mal hören. Was ist diese eine Sache? Diese eine Sache... Tu nicht so blöd. Du hast diese Nachricht Iris geschickt. Oh, ähm... Oh, ähm... Ja. Und nun? Also, ich versuch's immer hier zu lesen, was hier draufsteht. Ähm... Also, ich lese das von oben bis unten. Sie verdächtigen mich über sehr viele Sachen und denken tatsächlich, dass ich es war. Daraufhin Ota... Ja, ja, ist okay, Tessa. Beruhig dich. Ich bin hier... Ich bin für dich da. Daraufhin Tessa. Okay. Dann Ota. Äh... Mach dir darüber... Keine Sorge über diese eine Sache. Äh... Okay, das... Da ist dieser Balken. Da kann ich dir nämlich nichts anlesen. Äh... Mach dir keine Sorgen. Ich verspreche dir, dich zu beschützen. Okay. Mhm. Date, würdest du mir einen Gefallen tun? Was? Was für einen? Da ist ein Bild an der Theke, stimmt's? Ja, und? Ich möchte, dass du dir da einen genauen Blick drauf wirfst. Das Foto. Ja, das Foto. Das muss ja mit dem Foto sein. Nein. Seriously? Seriously? Tag für Montag. Jodai. Beim letzten Mal... ...waren wir... Genau, wir waren bei Mama. Wir waren bei Mama. Und da haben sich dann Ota und Tessa getroffen. Und da haben wir einen Elektroschock gekriegt. Dieses Mal waren wir jetzt Batschitter Deiner und haben einen Wok auf die Rübe bekommen. Yay! Mein Kopf pulsiert. Okay. Wie viel Uhr haben wir? Äh, ja, der Tag ist schon fast vorbei. Äh, ne, der Tag ist schon längst vorbei. Es ist Montag, 2.50 Uhr morgens. Du warst unbewusst, also, beziehungsweise, du warst, äh, bewusstlos für ungefähr fünf Stunden. Ota hat mich erwischt, stimmt's? Ja, hat er. Ja, er hat dich mit einem Wok niedergestreckt. Kleiner Bastard. Warum hat er das getan? Ich hab keine Ahnung, aber er rannte mit Iris weg. Wie weißt du das? Du warst zwar bewusstlos, aber ich konnte trotzdem weitergucken. Willst du ihn weiter beobachten? Ich hab den Vorfall per Video aufgezeichnet. Kannst ja gerne nachschauen. Okay. Tessa, warte. Ich, ne, ich hol das Auto. Hä? Du Hexe. Geh weg von meinen Jungen. Tessa! Tessa! Was ist los? Ist was passiert? Nein, alles gut. Okay, lass es gehen. Was war das? Warum hast du die nicht verfolgt? Äh, Entschuldigung? Du hättest aus meinem Auge rausploppen können und nach denen suchen können. Ich konnte mich nicht bewegen. Äh, naja, meine Mechaniken, also beziehungsweise sind, äh, verbunden mit deinem Kopf. Hm, okay. Nein, 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 nein Déjà-vu, 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 Déjà-vu. Ich will den Polar-Bär nicht sehen. Ich will den Polar-Bär nicht sehen. Date, der Boss ruft an. Wie soll ich das denn nochmal melden? Date, hör zu. Bleib ruhig, das ist ein Notfall. Gerade eben, der Killer. Schau einfach das Video. Ich hab dir die Adresse Iba geschickt. Oh nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Iris. Nein, das... Der Täter streamt das live. Ava, die Route. Identifiziert. Der Okiyora-Fischwarenhaus im Koto-Distrikt. Okiyora? Date, fokussier dich. Wir müssen sofort los. Ja, Bärchen, ey. Bärchen! Ja, aber das kann doch gar nicht Boss gewesen sein, oder? Ähm, ich hielt meinen Fuß im... Die ganze Zeit im Gas. Und fühlte meine schwitzigen Hände. Und der Motor, der schrie richtig, also beziehungsweise schrie richtig, mit einem ohrenbetäumenden Lärm. Aber ich hab es nicht gehört. Mein Herz schlug so stark, dass es sogar an meinen Ohren hing. Und es zitterte mein ganz... Es zitterte schon von Anbeginn, beziehungsweise es zitterte die ganze Zeit. Wie viel Zeit ist vergangen? Ähm... Selbst das Zeitgefühl ist quasi verschwunden. Das Auto erreichte eine lange Brücke. Danach änderte sich das Bild. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein! Dieser kranke Bastard... Nein, nicht der Cola-Bär! Pola-Bär, Pola-Bär... Du scheiß Pola-Bär, Pola-Bär... Tessa! Tessa! Warte, ich rette dich! Ota! Ota? Bleib weg von Tessa! Oh Gott! Pola-Bär! Äh, Date, wir haben fast das Ziel erreicht. Bitte, bitte, lass mich rechtzeitig schaffen. Oh! Okay, ich glaube, das ist jetzt anders. Warte mal, Hafen, äh, Warenhaus Distrikt. Montag, 3 Uhr 17 morgens. Beim letzten Mal war das nämlich... Haben wir noch ein anderes Bild, glaube ich, noch gesehen. Äh, äh, äh... Ich hoffe, nur nicht das... Oh Gott! Das Spiel ist so unberechenbar jetzt! Äh... Bitte nicht. Oh! Ach... Alles in Ordnung? Wo sind sie hin? Durch die Hintertür. Ha... Äh, haltet durch. Hilfe ist bereits unterwegs. Mach dir keine Sorgen. Iris lebt. Die Route wurde schon lokalisiert. Verfolge den Täter. Okay, bin dabei. Okay, wenigstens... Wenigstens konnten wir die retten. Einigermaßen. Nicht so wie beim letzten Mal. Polizei Hauptquartier, Montag, 9 Uhr 34 morgens. Boah. Gibt es noch Spuren, äh... Gibt es Spuren zu dem Täter? Gar nichts. Immer noch nicht. Wir haben auch den Täter nicht durch die Überwachungskameras entdeckt. Müssen irgendwie durch eine Hintergasse gegangen sein. Während... Während man ein... Äh... Polarbärenkostüm anhatte. Es kann auch sein, dass sie es ausgezogen haben und es in den Ozean geworfen haben. Wenn das... Wenn das Kostüm ziemlich schwer gewesen wäre, würde es in dem Untergrund quasi versinken. Was kann das nicht gewesen sein? Aber wer soll das sein, Mann? Das nervt. Das nervt so. Matroschka. Okay. Schlüssel. Zu Kingdom Hearts. Tch. Oh Gott, das triggert mich so extrem. Das ist das Einzige, was wir... Wo ich tatsächlich das Spiel kritisieren muss. Dass hier so viel Grün ist. Und ich muss alles klicken. Weil mich das sonst einfach nur triggert. Ja, ja. Bla, 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 bla. Ha, hi Mario. Och, der redet nicht mit uns. Das ist aber scheiße. Äh... Äh... Fußball. Bla, bla, bla. Ja, bla, bla, bla. Das haben wir auf jeden Fall bereits. Tanuki, Taitumnuk. Ist ja auch noch da. Nein, boss, du bist später dran. Äh... Äh... Buch. Bücherregal. Ja, zu viel Zeug, was da drauf ist. Dartmaschine. Äh... Ha, 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 ha. Poster. Poster. Snowboard. Skier. Ja. Dreieck. Zimbel. Zur Stressbewältigung. Ja. Rettungsring. Todesmasken. Hängt man so ganz normal einfach so hier rum. Warum auch nicht. Ja... Also, passend zu dem Wetter, was wir jetzt gerade haben, da passt so ein Weihnachtsbaum auf jeden Fall optimal. Selbst wenn es April ist. Äh... Ah, 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 ah. Police-Poster, okay. Ah, 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 Police-Poster. Haben wir hier noch? Okay, scheiß Teppich. Weg hier. Ja, die Uhr ist kaputt und ich glaube, die wird auch kaputt bleiben. Äh, Tisch. Äh, ihrem Rechter möchte ich gar nichts sehen. Du weißt, was die da sonst hier noch so für Nachtaktivitäten hier macht, die Dame. Boss sitzt auf dem Tisch. Von diesem... Von diesem Blickwinkel aus sieht das so aus, als könntest du unter ihrem Rock sehen, aber das kannst du nicht. Nicht, dass ich es nicht... Nicht, dass ich es wollen würde. Hm. Hm, natürlich, Date. Natürlich. Äh, die Okura-Fischerei. Du solltest Aiba fragen. Oh, was war das denn? Oh, was ist denn hier los? Okay, das mit den Frame-Drops habe ich tatsächlich auch schon mal gehört, dass es hier auch ab und zu ist. Und das hatten wir tatsächlich schon im Laufe des Playthroughs. Ja, ich habe auch ein paar Nachforschungen erstellt. Die Okura-Fischerei, ähm, gehört den Okioras, die wir kennen. Renjus Vater hat diese Firma gegründet. Schon wieder eine Verbindung zu Renju. Aktuell nicht. Aktuell hat die Okura-Fischerei nichts mit Renju zu tun. Die Firma wurde von, ähm, Büroangestellten seit den letzten 17 Jahren, äh, verwaltet, nachdem Renjus Vater gestorben ist. Renju hat da keine Anteile und, äh, ist auch nicht bezüglich des Managements involviert. In short, Renju did not inherit the company from his father, and it was instead given to other persons. Ähm, kurz ausgedrückt, Renju hat nichts in dieser Firma, äh, also, hat die Firma nicht geerbt und, äh, beziehungsweise von seinem Vater, äh, die Firma nicht geerbt. Und es wurde stattdessen an andere Personen weitergegeben. Also, ist das ein Zufall, dass der Täter diese Location gewählt hat? Unbekannt.